So, ich lese Weil ich arbeitssuchend bin, das Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung und ich bin angekommen im Kapitel 3, Kriminalität und antisoziales Verhalten der Mächtigen. Das Kapitel ist geschrieben worden von Hans-Jürgen Wirtz. Ich bin angekommen im Abschnitt 3.3, sexuelle Gewalt, dann kommt noch 3-4, Korruption, Wirtschaftskriminalität, Staatskriminalität, Regierungskriminalität, Terrorismus, autoritärer Charakter und antisoziale Persönlichkeitsstörung. Und dann kommt Prävention antisozialer Tendenzen. Ich stelle mal die Uhr, damit das nicht zu lang wird. Kriminalität und antisoziales Verhalten der Mächtigen. Sexuelle Gewalt So geht's, so kann man lesen. Manche Männer in Machtpositionen nutzen ihre Verfügungsgewalt auch dazu, über Frauen sexuell zu verfügen. Die Emanzipationsbewegung der Frauen hat diesen Tatbestand nachhaltig kritisiert. Unabhängig davon, wie solche Handlungen im Einzelnen unter moralischen oder auch juristischen Gesichtspunkten zu bewerten sind, bleibt festzuhalten, dass die destruktiven Auswirkungen auf die betroffenen Frauen, auf die Männer in Machtpositionen und ihre Karriere, auf ihre Familienangehörigen und auch auf das Amt, das sie repräsentieren, die politische Partei, der sie angehören, und die sozialen und politischen Gruppierungen, die Ideale, die sie vertreten, von beachtlichem Ausmaß sind. Macht verleitet zu der Fantasie, Abhängigkeit verleugnen zu können und die Möglichkeit, autonom zu sein, illusionär zu überschätzen. Das findet man bei Benjamin1996. Persönlichkeiten, die in Machtpositionen gelangen, werden dazu verführt, ihren narzisstischen Eigenschaften freien Lauf zu lassen. Sie fühlen sich in ihrer Wunschfantasie, großartig und einzigartig zu sein, bestätigt. Ihre narzisstische Selbst- und Weltsicht erhält durch die gesellschaftliche Position von Macht gleichsam eine Bestätigung in der Realität. Menzos hat im Zusammenhang mit den psychosozialen Abwehrmechanismen davon gesprochen, dass eine Abwehr durch Verkehrung in der Realität stabilisiert und gegen Kritik immunisiert werden kann. Macht verleitet dazu, die eigenen narzisstischen Grandiositätsfantasien für bare Münze zu nehmen und andere zu manipulieren, dass sie diese bestätigen. Die enorme Selbstidealisierung führt leicht zu Rücksichtslosigkeit und ausbeuterischem Verhalten anderen gegenüber, die bedenkenlos funktionalisiert werden. Der andere wird dann zum bloßen Instrument der eigenen Bedürfnisbefriedigung. Die Überstimulierung des Grandiosen Selbst kann beim männlichen Machthabern zu einem Kult um die eigene, in Klammern auch sexuelle Potenz und zu sexistischen und übergriffigen Handlungen gegenüber untergebenen Frauen führen. Der Mächtige ist der Überzeugung, er habe das Recht über die ihm untergebenen Frauen nach Lust und Laune zu verfügen, eben weil er so mächtig und grandios sei. Die meisten erfolgreichen Personen in demokratischen Staaten verfügen über Realitätssinn und haben ihren Narzissmus so weitgehend im Griff, dass er ihre Karrieren nicht zerstört. Zu einer Schwachstelle mächtiger Männer kann die Sexualität werden. Dazu siehe Kapitel 30. Sie gehört nicht zum politischen Geschäft, wird nicht gecoacht und bis ins kleinste Detail von einem Beraterstaat durchdiskutiert. In diesem privaten Bereich entfalten sich die Adolescenten Grandiositätsfantasien noch ungebremst und ungecoacht. Dies könnte einer der Gründe sein, warum manche erfolgreiche Personen, gerade beim Thema Sexualität, die moralischen Hemmungen fallen lassen und jede Risikoabwägung ausblenden und sich wie Adoleszente Heißsporne gewähren. Der Lustgewinn, der aus einer verbotenen sexuellen Affäre oder einem sexuellen Übergriff gezogen werden kann, erscheint vergleichsweise gering im Verhältnis zum Risiko der totalen öffentlichen Blamage des Verlustes von Amt und Würden, von persönlicher Würde, politischer Karriere und ehelichem Glück. Die Verbindung von sexueller Lust, grandioser Selbstüberschätzung und realer Macht scheint eine Mischung zu sein, die ansonsten rational handelnden Männern den Verstand vernebelt. Korruption. Korruption ist ein Abschnitt im Kapitel Kriminalität und antisoziales Verhalten der Mächtigen. Korruption. Korruption gehört zu den am weitesten verbreiteten Formen antisozialen Verhaltens. Ihre destruktiven Auswirkungen bestehen nicht nur darin, dass sie Milliardenschäden verursacht, sondern auch darin, dass sie soziales Verhalten unterhöhlt, das Rechtsbewusstsein infrage stellt, Fairness und Gerechtigkeit außer Kraft setzt, Chancengleichheit untergräbt und Willkür, Amtsanmaßung und am Machtmissbrauch Tür und Tor öffnet. Das steht bei Krieche und Thiel 2011. Zudem ziehen Korruptionsdelikte in aller Regel weitere Straftaten nach sich, zum Beispiel Untreue, Urkundenverlschung, Erpressung, Rechtsbeugung, Verletzung von Dienstgeheimnissen, Falschbeurkundung, Subventionsbetrug oder Steuerhinterziehung. Das steht bei Völkerstark und Schwiergner 2011. Manchmal kommt es auch zu enormen Schädigungen Dritter, die billigend in Kauf genommen werden. So bewirkt ein Korruptionsnetzwerk in der türkischen Baubranche, dass neue Wohnungen nicht erdbildensicher gebaut wurden. Was dann, Zitat, zu der Katastrophe im Jahr 1999 mit tausenden von Toten führte. Zitat Ende. Das steht bei Karstedt 2008 auf Seite 17. An einem Korruptions- oder Bestechungsvorgang sind immer drei Parten beteiligt. Ein Anbieter von Korruption, ein Nehmer von Bestechung und ein geschädigter Dritter. Die Schädigung, die dem Dritten widerfährt, bleibt jedoch häufig diffus und sogar unbemerkt. Dies führt dazu, dass die Dunkelziffer enorm hoch ist. Da gibt es auch ein Zitat. Das steht bei Völkerstaat und Schwoyker 2011. Korruption stellt ein soziales Arrangement dar, das ein, Zitat, anfängt, besonderes Vertrauensverhältnis. Das, Zitat Ende, es ist das gleiche, die gleiche Quelle, zwischen dem Korrumpierenden und dem Korrumpierten erfordert. Die Vereinbarung von Korruptionsabsprachen findet in der Regel im Verborgenen statt. Die Beteiligten sind sich im Klaren darüber, dass sie Unrechtes tun. Korruptive Handlungen können spontan aus einer Situation heraus entstehen oder auch systematisch geplant und über Jahre verfolgt werden. Kleine Vorteilsgewährungen können dazu dienen, den, Zitat, im Visier stehenden Bediensteten, Zitat Ende, immer noch die gleiche Quelle anzufüttern. So kann im Laufe der Zeit ein Korruptionsnetzwerk entstehen, das mafiöse Strukturen aufweist. Im Falle der Korruption wird besonders deutlich, was für alle Formen des Machtmissbrauchs gilt. Der Machtmissbrauch der Mächtigen ist ohne die Komplizenschaft der weniger Mächtigen nicht denkbar. Von der Korruption bis zum Genozid. Das steht bei Karstedt 2008. Parallel zur Bildung einer strukturellen Korruption findet bei den Beteiligten ein psychischer Prozess statt, bei dem das Über-Ich gleichsam ebenfalls bestochen und korrumpiert und durch pseudomoralische Regeln ersetzt wird. Im Netzwerk der Korruption bildet sich eine kollektive Antimoral heraus. Die besagt, dass die konventionelle Moral der Gesellschaft nur für die Naiven und Angepassten da ist, die Cleveren aber alles Recht haben, sich ausschließlich nach den Regeln der eigenen Pseudomoral zu richten. Die Mitglieder des Korruptionsnetzwerks machen sich über die Political Correctness der Mehrheitsgesellschaft lustig und feiern einen narzisstischen Triumph, indem sie ihre eigene Korruption als Cleverness und Schlitzohrigkeit umdeuten. So geschah es zum Beispiel, als irische Banker sich in einem, Klammern abgehörten, Telefonat über die Naivität der EU-Bankenrettung und über die deutsche Kanzlerin lustig machten und eine verballhornte Version von Deutschland, Deutschland über alles lang. Wie Kernberg beobachtet hat, ist der antisozialen Person völlig unbewusst, dass sie lügt und betrügt, dass sie andere und sich selbst korrumpiert und prostituiert. Und sie weiß auch, dass all diese Handlungen dem gesellschaftlichen Moralsystem widersprechen. Ich lese es nochmal. Wie Kernberg beobachtet, ist der antisozialen Person völlig bewusst, dass sie lügt und betrügt, dass sie andere und sich selbst korrumpiert und prostituiert. Und sie weiß auch, dass all diese Handlungen dem gesellschaftlichen Moralsystem widersprechen. Ich unterstreiche das mal, ich halte das für wichtig. Das ist auch eine Quelle angegeben, das ist aus dem Jahr 1985. Aber sie fühlt sich diesem Moralsystem entdeckt. innerlich nicht verpflichtet, sondern sie betrachtet es als eine reine äußerliche Handlungsanleitung, dem sich die Cleveren geschickt entziehen und das nur von den naiven, ängstlichen und autoritätshörigen befolgt wird. So kommt es dazu, dass der Mächtige seine Macht als Beweis und Legitimation dafür nimmt, dass er über den Gesetzen steht und aufgrund seiner Einzigartigkeit und Grandiosität berechtigt ist, auch zu kriminellen und antisozialen Mitteln zu greifen, um seine Macht zu festigen und zu erweitern und sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Es ist durchaus kein Widerspruch, dass narzisstischen Menschen nicht selten dazu neigen, sich sozial zu engagieren oder eine soziale Ideologie zu vertreten. Zum einen soll die demonstrativ zur Schau gestellte soziale Ader den eigenen Egoismus verdecken. Zum anderen macht sich die narzisstisch gestörte Persönlichkeit selbst vor. Ihr berufliches, gesellschaftliches, politisches Engagement diene letztlich letzten Endes dem Gemeinwohl, dem Wohl der Mitarbeiter, dem Erreichen gesellschaftlicher Ideale. Der Narzisst ist somit mit seinem Projekt identifiziert und verschmolzen. Der Narzisst ist so mit seinem Projekt identifiziert und verschmolzen, dass er gar nicht merkt, wie sehr er das Projekt und die mit ihm verbundenen Menschen für seine eigene Selbstbestätigung oder auch für seine eigenen materiellen und sonstigen Interessen funktionalisiert. Schließlich führt gerade die ideologische Überhörung, das eigene Projekt diene vor allem dem Gemeinwohl zu der Auffassung, dass auch antisoziale Mittel zu seiner Förderung als legitim erachtet werden. Die Identifikation mit der Vorstellung, man diene dem Gemeinwohl, rechtfertigt die eigene Korrumpierung im alltäglichen Handeln. Der angeblich soziale Zweck heiligt die antisozialen Mittel. So, jetzt kommt Wirtschaftskriminalität, Staatskriminalität, Regierungskriminalität. Im Zeitalter Wirtschaftskriminalität, Staatskriminalität, Regierungskriminalität. Im Zeitalter der Globalisierung ist Outsourcing von Produkten und Dienstleistungen ein zentrales Element des Wirtschaftslebens geworden. Damit einher geht allerdings auch eine Verlagerung der rechtlichen Verantwortung. Dies hat neue Gelegenheitsstrukturen für Wirtschaftskriminalität geschaffen. Zitat Karstedt 2008, Seite 20, um für ein exponentielles Wachstum der globalen Elitekriminalität, gleiche Quelle, gesorgt und für ein exponentielles Wachstum der globalen Elitekriminalität gesorgt. Mit der Verlagerung ins Ausland können Sicherheitsauflagen und Produktionsprozess, Umweltauflagen und Normen zur Produktsicherheit systematisch umgangen werden. Wir profitieren hierzulande davon, dass unsere Verbote und Normen in den Entwicklungsländern nicht gelten, beziehungsweise ihre Missachtung dort nicht kontrolliert und verfolgt wird. Dies gilt für Kinderarbeit, gefährliche Produktionsmethoden, Pharmastudien, Vertrieb verbotener Pharmaprodukte oder die Herstellung und Verbreitung kinderpornografischen Materials ebenso wie für die Umgehung von Gesetzen, welche die Methoden der Reproduktionsmedizin regeln. Die Flucht in Steueroasen, die immer raffinierteren Finanzprodukte, die nur dazu dienen, Einkünfte vor dem Fiskus zu verstecken und der Besteuerung zu entziehen, sind exemplarische Beispiele für ein Verhalten, das zynisch als kreative Gesetzbefolgung, kreative Gesetzbefolgung ist ein Zitat, die gleiche Quelle, wie eben bezeichnet wird. Große Anwaltskanzleien bieten im Verein mit international operierenden Finanzdienstleistern ausgeklügelte Finanzprodukte an, die sich teils im Graubereich zwischen Legalität und Illegalität bewegen, sich andern teils aber auch unverhohlen an der Kriminalität der mächtigen Beteiligen, gleiche Quelle. Auch international tätige Großkonzerne wie Amazon, Google, Apple und Facebook verlagern ihre Einkünfte systematisch in Länder mit niedrigen Steuersätzen, damit sie weitgehend steuerfrei bleiben. Solche Strategien der brutalstmöglichen Ausnutzung aller nationalen und internationalen Regelungen zum finanziellen Vorteil der Aktiengesellschaft können mit einer gewissen Berechtigung auch als antisoziales Verhalten bezeichnet werden. Auch wenn das Konzept der narzisstischen Persönlichkeitsstörung als Erklärungsmodell hier nicht unmittelbar greift, kann doch die Frage gestellt werden, welcher Firmenphilosophie und welcher Berufs- und Branchenethik eine Firma, Organisation oder Aktiengesellschaft folgt, die solche Strategien verfolgt und welches Menschenbild dem zugrunde liegt. Schließlich betreiben sogar Regierungen demokratischer Staaten Outsourcing, um nationale und internationale Strafgesetze zu umgehen. Beispielsweise haben die USA mutmaßliche Terroristen in Guantanamo auch in autoritär regierten Ländern foltern lassen, um so ihr eigenes Tun der amerikanischen Gerichtsbarkeit zu entziehen. Kriminologen sprechen hier von, Zitat, Staatsverbrechen durch Stellvertreter, Zitat Ende, und bezeichnen diese Prozesse als, Zitat, Verdunklung oder Vernebelung staatlicher Verantwortung, Zitat Ende, gleiche Quelle wie eben. Auch die von den USA praktizierte Auslagerung von militärischen und polizeilichen Aufgaben an private Firmen, die ihrerseits Söldner, Gefängnispersonal, Polizei und Sicherheitskräfte einstellen, entlastet die Regierung formal von Verantwortung, schafft aber faktisch rechtsfreie Räume. Jüngst hat Putin eine Strategie, die als hybride Kriegsführung bezeichnet wird, praktiziert, indem er paramilitärische Einheiten und russische Soldaten ohne Hoheitszeichen über die Annexion der Krim einsetzte. Mit der Ermutigung von Separatisten und kriminellen Banden im Osten der Ukraine, sich gegen die Regierung in Kriyev aufzulehnen und mit der massiven militärischen Unterstützung mit Panzernwaffen Ausrüstung und Munition durch Russland, verfolgt Putin die Vision, das alte sowjetische Imperium wenigstens teilweise wiederherzustellen. Die kollektive nazistische Kränkung, die mit dem Zerfall des sowjetischen Imperiums einherging, soll so kompensiert werden. Das war's. Es folgt noch Terrorismus, autoritärer Charakter und antisoziale Persönlichkeitsstörungen und Prävention antisozialer Tendenzen. Ich mach gleich weiter. Tschüss.